Staatsopernsängerin Hila Fahima Roussin und ihr Mann luden einen erlauchten Kreis zu einem intimen Konzertabend. Das Besondere ist, dass wir ganz unterschiedliche Typen an Menschen heute zusammengebracht haben, die eines gemeinsam haben, nämlich die Liebe für die klassische Musik. Der Abend stand ganz im Zeichen des Belkanto-Gesangs. Belkanto heißt Schöngesang. Hila singt wirklich schön und beherrscht ihr Fach auch sehr gut. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich singe Belkanto. Ich glaube, wenn man kann Belkanto singen, dann man kann alles singen. Das hat einfach viel auch von der italienischen Kultur, diese Leichtigkeit des Seins, die uns als Germanen und Österreicher manchmal so ein bisschen abgeht. Wo ist es Sie der Reiz am Belkanto? Das sage ich Ihnen nach dem Konzert. Wie hat es Ihnen gefallen? Ich kann Ihnen nur sagen, es war grandios. Also es war wirklich das, was Sie mir erwartet haben. Die Interpretation, wie es die Künstlerin heute gemacht hat, ist großartig. Es ist wirklich schön anzuhören und das macht einfach Spaß. Ich liebe Blumen. Das macht mich glücklich, wenn ich kriege Blumen. Das macht mich glücklich, wenn ich mich glücklich mache, dass ich mich glücklich mache. Vielen Dank.